Hallo, Andreas Drienbacher, Personal Trainer und Online-Coach aus Karlsruhe, stelle die Posing- und die Bikini-Linie Cori-Line von seiner Frau Corinna Walter vor. Hier haben wir einen Posing-Bikini von Cori-Line, und zwar in Samt Hellgrün, mit Applikation und mit Swarovski-Stein, sehr aufwendig, handgearbeitet, tolles Einzelstück, wie man sehen kann in der Detailaufnahme, natürlich sehr hochwertig das Ganze, entsprechend ist sehr schön auf der Bühne anzusehen, bedingt durch die mehrere Farbenkombination, auch mit einem Gelb-Grün, das Samtgrün wirkt natürlich ganz toll auf der schönen gebräunten Haut, und natürlich ist das Ganze auch wieder in einmal der String-Variante erhältlich, und natürlich auch in Brasil-Schnitt. Nochmal Detailaufnahme zum Höschen, da haben wir natürlich eine ganz tolle Applikation, wir haben sehr wenig Stoff, somit natürlich auch viel Haut sichtbar, so wie es sich für eine Fitnessathletin gehört. Ganz toller Posing-Bikini. Wieder haben wir einen Posing-Bikini, dieses Mal in Samt-Kobalt, auch hier natürlich wieder mit Applikationen, ganz toll anzusehen, oben die Borde im Bereich des Oberteils, und natürlich auch eben im Höschen-Bereich entsprechend schön verarbeitet, auch hier wieder natürlich ganz klar mit Swarovski-Steinen, Swarovski-Steine, haben natürlich nur auf einem sehr hochwertigen Stoff natürlich auch ihren Wert, und auch dieser Posing-Bikini natürlich in zwei Varianten, einmal der String-Variante hier sichtbar, und natürlich auch das Ganze möglich im Brasil-Schnitt. Auch hier nochmal in der Detailaufnahme das Höschen natürlich entsprechend freizügig, somit natürlich sehr viel Haut sichtbar, und natürlich das Ganze natürlich untermalt mit dieser silbernen Borde, was auf dem Kobalt-Blau hervorragend zur Geltung kommt. Wieder ein Posing-Bikini, dieses Mal in Samt-Rosa, das Ganze diesmal sehr aufwendig, mit sehr vielen Swarovski-Steinen, ohne Borde, und auch hier wieder das Höschen, wie man sehen kann, mit viel sichtbarer Haut, die ganze Linie wird unterstrichen, durch diesen tollen Effekt der Swarovski-Steine, wie gesagt, keine einfachen Steine, keine billigen Steine, sondern die echten Swarovskis. Entsprechend ist natürlich ein absolut hochwertiges Stück. Ganz toll zur Figurathletin mit blonden Haaren. Einmal drehen bitte. Das Ganze natürlich wieder möglich im Brasil-Schnitt, sowie auch im String-Schnitt und in verschiedenen Größen erhältlich. nochmal eine Detailaufnahme. Hier haben wir einen ganz tollen Effekt, wenn das Licht drauf scheint, auf diese super schönen Swarovski-Steine. Hier haben wir jetzt einen rosanen Bikini, und zwar Holo Rosa. Das ist ein Bikini, der kann natürlich einmal für die Badesaison genutzt werden, wie auch für den Wettkampfauftritt, auch in der Bikini-Klasse. Ganz tolles, hochwertiges Teil mit natürlich kleinen Accessoires, wie man hier sehen kann, im Bereich der Taille mit Metallring. Sieht natürlich ganz toll aus, und auch im Oberteil natürlich ganz toll. Hier mit einem Metallring nochmal das Ganze. So wirkt das Ganze natürlich viel edler und viel hochwertiger, wenn es nur rein Stoff wäre. Ganz toller Stoff, natürlich auch eine leichte Reflexion des Lichtes. Und auch hier besteht die Möglichkeit, das Ganze in zwei verschiedenen Schnittvarianten. Einmal hier die Posing-Schnittvariante String, und das Ganze auch in Brasil möglich. Nochmal das Ganze frontal von vorne, und dann nochmal eine Detailaufnahme. Schönes Teil mit Höschen einseitig offen, und mit Metallringen an der Seite. Und natürlich oben, Oberteilbereich das Gleiche, in der Mitte mit einem Metallring. Ganz toller Posing- und Badebikini, auch für die Bikini-Klasse geeignet. Hier haben wir jetzt wieder einen Posing-Bikini, diesmal in der Variante Holo-Schwarz. Ganz tolles Teil, edles Teil. Und natürlich hier das Ganze nochmal untermalt, mit echten Swarovski-Steinen, hochwertig handverarbeitet. Wie man sehen kann, sieht das natürlich ganz toll aus. Entsprechend hier auch wieder das Höschen in der Detailaufnahme. Ganz toll mit dem Swarovski-Stein. Eine Seite mit viel Haut, andere Seite zu. So, und natürlich auch mal wieder eine andere Variante im Oberteil. Natürlich einmal umrandet mit Swarovski-Stein, wie man hier sehen kann. Und auch in der Mitte nochmal mit einem schönen Abschluss. Somit auch wieder natürlich ganz klar ein tolles Einzelstück. Von Cori-Line, Posing-Mode. Und einmal natürlich auch dieser Posing-Bikini in zwei Varianten möglich. Einmal die Variante, wie man hier sehen kann, String-Schnitt. Und natürlich das Ganze auch nochmal im Brasil-Schnitt möglich. Und natürlich auch wieder in verschiedenen Größen. Ganz toller Posing-Bikini in Holo-Schwarz. Hier haben wir auch wieder einen Posing-Bikini. Diesmal eine sehr schöne blaue Glitzer-Variante. Der allein schon durch den Schimmereffekt des Stoffes extrem gut auf der Bühne wirkt. Am Höschen haben wir hier sichtbar eine Detailaufnahme. Natürlich wunderschönes Swarovski-Steine. Eine Seite nur hier auch wieder offen. So mit natürlich auch wieder ein schönes, sehr schönes Detail. Im Bereich des Oberteils auch nochmal sichtbar sehr schöne, handgearbeitete Swarovski-Steine. Das Ganze schön umranden. Und somit ist schon mal dieser Posing-Bikini auf der Bühne ein absolutes Highlight, ein Hingucker. Das Ganze gibt es natürlich auch wieder in zwei verschiedenen Varianten. Die erste Variante hier sichtbar, die sogenannte String-Variante. Und das Ganze natürlich auch im Brasil-Schnitt. Noch einmal die Teilansicht im Bereich des Oberteils. Ganz toll mit Swarovski-Steinen. Echten Swarovski-Steinen. Super hochwertiger Stoff wie alle Stoffe von Coriline. Weil die echten Swarovski-Steine haben natürlich nur ihren Ehrenplatz auf entsprechend hochwertigen Stoffen. Hier haben wir jetzt wieder einen Posing-Bikini, der auch als Bade-Bikini genutzt werden kann. Wir haben hier natürlich einen absolut hochwertigen Designer-Stoff. Das Ganze mal etwas bunter, etwas farbenfroher. Und natürlich auch mit Glitzer-Partikel. Und somit ist natürlich dieser Bikini nicht unbedingt mit Swarovski-Steinen noch zu verzieren. Weil hier haben wir eigentlich schon mal einen Hingucker. Allein schon durch diese Aufarbeitung, beziehungsweise den tollen Stoffen, verschiedene Farbvarianten. Oben mit breiten Trägern. Und im Höhe sind jetzt auch mal was ganz Einfaches. Und somit natürlich besticht dieser Posing-Bikini ganz klar durch seinen Stoff. Und durch seinen Glitzer-Effekt. Das Ganze hier sichtbar von hinten in der sogenannten Brasil-Schnitt-Variante. Ganz toll für einen Badestrand. Und nochmal das Ganze von vorne bitte. Auch hier sehen kann man natürlich, wie das super schön verarbeitet. Hand gearbeitet, nichts von der Stange. So wie alle Posing-Bikinis von Cori-Line, Corinna Walter. Absolut hochwertig, mit hochwertigen Stoffen. Hier haben wir nochmal den gleichen Designer-Stoff in Holung. Ganz toll diese bunte Variante. Aber dieses Mal ganz neckisch. Mit schmalen Bändchen. Zumindest natürlich ein bisschen mehr sexy das Ganze. Ganz toll natürlich für einen Pose-Bikini-Wettbewerb, weil natürlich das Ganze die sechste Figur unterstreicht. Und das Ganze natürlich hier jetzt auch mal dann in der sogenannten Brasil-Schnitt-Variante von hinten sichtbar. Sehr schön. Und natürlich auch hier nochmal die Teilaufnahme. Einmal die schmalen Bändchen im Bereich des Oberteils. Und natürlich auch nochmal die schmalen Bändchen im Bereich der Teile des Höschens. Und so möchte ich eine ganz klar etwas sexiere Variante zur Vorgänger-Variante. Gerade eben. Auch hier natürlich wieder ganz klar. Toller Posing-Bikini, Badebikini von Cori-Line, Corinna Walter. Hier haben wir da ein Modell. Da kann als Posing-Bikini, so wie natürlich auch als Badebikini benutzt werden. Wir haben hier natürlich auch wieder einen super schönen Stoff im Tigermuster. Entsprechend haben wir nochmal dran in der Aufnahme schöne Accessoires. Hier im Bereich des Oberteils. Auch noch hier mal von der Seite sichtbar, die Teilaufnahme. Haben wir schöne Details eingearbeitet. Und so haben wir natürlich auch wieder hier mal was ganz anderes. Diese Bikinis sind natürlich beliebig veränderbar. Je nach Fantasie hat man da die Möglichkeit, bei Corinna Walter entsprechend zu bestellen. Wir haben natürlich hier auch die Möglichkeit, das Ganze von hinten sichtbar in zwei verschiedenen Varianten. Wir haben hier den Brasilschnitt. Ist natürlich auch ganz klar im Stringschnitt möglich. Wie man nochmal die Teilaufnahme sehen kann, Oberteil. Sehr knapp geschnitten das Ganze. Tolle Tigeroptik mit schönen Accessoires im Bereich des Höschens, sowie im Bereich des Oberteils. Auch hier wieder ganz klar. Tolles Teil. Also definitiv auf der Bühne ganz klar im Vorteil, weil Cori-Line-Teile sind nicht von der Stange. Und somit haben sie ein absolutes Unikat. Hier kommt ein Posing- und Badebikini in einem wunderschönen Blauton. Das Ganze in Lycra natürlich auch für die Bikiniklasse geeignet. Hier haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze nochmal aufwendig aufzupappen, wer möchte. Bei Cori-Line gibt es nichts, was unmöglich ist. Echte Swarovskis-Applikationen. Immer ganz tolle Highlights. So dass ihr sicher sein könnt, dass ihr absolut das Unikat habt und nichts von der Stange entsprechend ist. Und da streicht es natürlich die tolle Wettkampffigur und natürlich auch die tolle Figur am Badestrand von hinten. Auch die Variante in Brassilschnitt. Natürlich auch ein Stringschnitt möglich. Und wie schon gesagt, Applikationen, Swarovski-Steine, echte Swarovski-Steine, ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Schöner Posing- und Badebikini auch für die Bikiniklasse möglich. Hier haben wir nochmal einen Lycra-Stoff, so wie der Vorgänger in Türkis. Auch wieder hier mal eine ganz andere Stoffvariante. Auch hier das Lycra natürlich ganz klar sehr hochwertig. Auch hier hat man natürlich immer die Möglichkeit, entsprechend hier das Oberteil mit Applikationen zu verzieren, Swarovski-Steine, Borden. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Da muss man einfach mit Corinna Walter entsprechend Kontakt aufnehmen und hat dann die Möglichkeit, seinen Posing-Bikini, der natürlich den Wettkampftag extrem unterstreicht, auch entsprechend individuell zu gestalten. Das war gerade eben der Brassilschnitt. Auch hier natürlich ganz klar in String-Variante möglich. Wir schauen nochmal aufs Höschen von vorne. Da haben wir euch auch nochmal im Detail sichtbar. Natürlich ist es etwas anders verarbeitet, sodass sehr viel Haut sichtbar ist mit schmalen Bändchen. Entsprechend ist natürlich auch die sexy Figur unterstreicht. Wir haben hier auch wieder einen Pose-Bikini, der auch als Bade-Bikini benutzt werden kann, sowie in der Bikini-Klasse eingesetzt werden kann. Ein toller Tigerstoff, Tigerstoff in Ligra. Da haben wir hier im Oberteilbereich, wenn wir genau hinschauen, Detailaufnahme machen, haben wir natürlich hier einen tollen Metallring in der Mitte. Das passt super schön zum Tiger-Look. Auch hier haben wir das Höschen, Detailaufnahme, mit beiden Seiten, mit schmalen Strings. Und das Ganze natürlich auch einmal von hinten sichtbar. Wieder wie immer bei Corinna Walter, Cori-Line, in zwei Schnittvarianten möglich. Einmal die Brassilschnitt-Variante, einmal die Stringschnitt-Variante. Hier natürlich auch für das Schwimmbad oder für die Badesaison. Baggersee war auch immer ein super schöner Bikini. Das war jetzt die Auswahl einiger von den Posing- und Badebikinis von Corinna Walter. Da gibt es noch viel, viel mehr. Und wie wir natürlich gehört haben, ist alles individuell entsprechend gestaltbar. Somit ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. In Kürze sind natürlich auch diese ganzen Posing-Bikinis von über 50 Athletinnen, die verschiedene Wettkämpfe bestreiten werden, zu sehen. Und ein Cori-Line, Posing-Bikini, ist ganz klar ein absolutes Highlight. Und man kennt ihn auf der Bühne sofort. Hier haben wir jetzt ein Posing-Bikini, der auch parallel dazu als Badebikini benutzt werden kann. Jetzt mal ein relativ einfach und ohne Swarovsgestein. Ist aber jederzeit möglich, den auch noch zusätzlich mit Swarovsgestein nach eigenen Wünschen zu bestücken. Wobei man sagen muss, dieses Teil bedingt durch die Glitzerpartikel, die man auch jetzt in der Nahaufnahme sehen kann, eingearbeitet sind. Es sind Swarovsgesteine nicht zwingend möglich. Aber wie gesagt, auf eigenen Wunsch, jederzeit bei Cori-Line möglich, sich entsprechend auch ein Bikini zusammenstellen zu lassen. Den hier haben wir jetzt einmal sichtbar von hinten in der Brasil-Schnittvariante. Natürlich ist auch dieser Posing-Bikini in der String-Variante und natürlich wieder in verschiedenen individuellen Größen zur Verfügung. Und noch einmal hier eine Detaileinaufnahme im Höschenbereich. Mal was ganz Einfaches, was ganz Schlichtes. So bin ich natürlich auch ganz toll am Badestrand und ein absoluter Hingucker im Bereich Bademode. Das war's heute mal was ganz anderes von Personal Trainer Andreas Trienbacher und Online-Coach mit seiner bezaubernden Gartin Corinna Walter und ihrer superschönen Posing- und Bademode. In Kürze mehr, auch wieder zum Thema Posing- und Bademode. Aber in den nächsten drei Wochen werden wir erstmal einige Wettkämpfe bestreiten. Entsprechend dessen wird es etwas schwieriger werden. Bis dahin, alles Gute, Andreas Trienbacher, Corinna Walter, eure Fitness, unsere Aufgabe.